Hallo, ich bin Maria Knabe, ich bin 28 Jahre alt und seit April Pfarrerin im Entsendungsdienst im Kirchenkreis Gotha. Der Kirchenkreis Gotha ist in verschiedene Regionen aufgeteilt und so kann ich in einem Regionalteam arbeiten. Mein Pfarrsitz ist hier in Krebs und Tonner und zu meinem Bereich gehören acht Dörfer. Insgesamt mit meinen Kolleginnen und Kollegen bin ich aber für 19 Euro zuständig. Zum Team gehören eine Diakonin, eine Jugendreferentin, eine Pfarramtsassistenz, einen Kantor, eine Kantorin, ein Pfarrkollege und eine Pfarrkollegin. Gemeinsam entwickeln wir Ideen und verschiedene Projekte hier für die gesamte Region. Ich freue mich total auf diese Zusammenarbeit, denn wir können unsere Temperamente und Talente teilen und fühlen uns so als ein Team zuständig und nicht als Einzelkämpfer. Und das finde ich super.